Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Vorher auf, das Spiel beginnt. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Willkommen zu einer weiteren Produktvorstellung von Halikon. Ja, der Yulis-Bus, französisch, ist erschienen. Die Variante G37, nein, GX37, X37. Wir haben zwei Grundversionen, Solo und Gelenk. Und haben dann auch noch verschiedene Getriebe-Varianten und natürlich auch wieder ganz, ganz viele Set-Var-Varianten. Ich nehme euch jetzt einmal den Sound weg, denn ich möchte aus dem Handbuch noch etwas detaillierter auf das Fahrzeug eingehen. Weil beim letzten Mal, beim Urban Way, gab es so ein, zwei Missverständnisse. Ich möchte nicht, dass mir das wieder passiert. Also, ich habe schon gesagt, wir haben zwei Grundversionen, Gelenk und Solo. Wir haben vier Längen-Varianten. 9,50 Meter bzw. 9,52 Meter, 10 Meter, 74 Meter, 12 Meter und 17,80 Meter. Sowohl mit 2,33 Meter Breite als auch 2,55 Meter Breite. Die Höhe ist abhängig von der Antriebsart und der Emissionsklasse. Genau, wir haben Motoren, die Tektor 7 L6 mit 186 kW bzw. 210 kW, Cursor 8 CNG, auch in der L6 mit 210 kW und Cursor 9 L6 mit 294 kW. Dann haben wir ein Void Diva 8, 54.6 und 3 ZF 6 AP Getriebe Varianten. Nämlich 1200 B, 1400 B, 1700 B, also Tektor 7, Cursor 8 und Cursor 9. Ihr habt schon gehört, es gibt auch eine CNG-Variante. Deswegen ist das so ein bisschen so mit der Höhe des Fahrzeugs. CNG ist natürlich höher. Wir haben einen kleinen, einen mittleren, einen Standard und einen Gelenkbus. Dann dreitürig, viertürig. Das erkennt ihr in der Busauswahl an 2P für Portal oder 3P für Portal. Und dann könnt ihr ganz, ganz viel über die Set-Wars machen. Also Dachlupen, Innenanzeige und was weiß ich alles. Die Set-Wars-Liste ist hier beim Hülis-Bus-Paket wieder riesig. Ich als Nicht-Franzose würde sagen Hülis-Bus, aber das stimmt nicht. Ich habe mich erkundigt und habe mich fachgerecht von einer Französin belehren und beraten lassen. Hülis-Bus heißt es. Hülis-Bus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Falls nicht, tut es mir leid. Ja. Ein sehr schöner Stadt-Bus, mit dem man ganz, ganz viel anfangen kann. Ihr könnt auch das am Dashboard, das Aussehen ein bisschen tauschen. Wir haben ZF, wir haben Void und auch Innenraumgestaltung. Schaut bitte auf jeden Fall in die Readme rein und schaut auch in die Set-Wars-Einstellungen, was ihr in den Set-Wars anhand des Repaints verändern könnt. Dann eine Info, ganz, ganz wichtig, zum Matrix-System. Ich habe es beim Urban Way nämlich genau falsch herum erklärt. Der manuelle Modus funktioniert garantiert immer einwandfrei. Also, manueller Modus garantiert immer einwandfrei. Im Automatik-Modus kann es zu Problemen kommen. Und wo wir gerade bei Problemen sind. Jetzt habt ihr auch wieder Sound. Ähm. Ja. Es ist dasselbe Problem wie eigentlich beim Urban Way. Und ich habe jetzt echt ein bisschen geschaut und habe andere Busse auf Blankwitz gespawnt. Und habe den Hülis-Bus auch nochmal auf meiner Testkarte gespawnt. Das Problem bleibt das gleiche. Das Fahrzeug lässt sich nicht reparieren. Wir haben es beim Urban Way gesehen. Das wird daran liegen, dass teilweise dieselben Skripts verwendet werden. Zum Beispiel von der Matrix, vom Matrix-System. Das Dashboard nehme ich auch an. Ist das, äh, ist dasselbe Skript. Ähm. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Der Fehler ist dann halt übernommen worden. In der Webdisk habe ich den Fehler gepostet. Äh. Da kann man sich den Fehler nicht erklären. Ich habe andere Busse auf Blankwitz gespawnt. Und auch auf anderen Karten. Die kann ich problemlos reparieren. Sowohl mit meinem Tastenkürzel, als auch mit dem entsprechenden Symbol in der Schnellauswahl bei OMSI. Also an mir liegt es tatsächlich nicht. Ähm. Ich werde Halikon entsprechend nochmal eine E-Mail schreiben, ähm, dass dieser Fehler bei beiden Fahrzeugen auftritt. Und Halikon hat mir auch dieses Produkt zur Verfügung gestellt, um es euch zu zeigen. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle. 17,95 Euro kostet das Bus-Paket. Und meiner Meinung nach ist der Preis gerechtfertigt. Wir bekommen zwei Grundfahrzeuge, verschiedene Varianten. Und es ist wieder ganz, ganz viel überset, was zu machen. Das Fahrzeug ist, äh, stabil. Es ist ordentlich aufgebaut. Äh. Ich habe keinerlei Probleme im, äh, Außen-Mesh gefunden oder im, äh, Soundbugs oder derartiges. Wir sind in der Version 1.02. Kräftiges Update hat es seit der Release-Version auch schon gegeben. Da ist nochmal ein bisschen was angepasst worden. Getriebe, Licht, Texturen. Ähm. Man hat sehr schnell auf gemeldete Fehler reagiert. Ich hoffe, dass dieser Reparationsfehler dann auch noch bearbeitet wird. Fahrer-Arbeitsplatz. Sehr, sehr ähnlich wie beim Iveco Urban Vane. Actia Dashboard. Sehr schön aufgeräumt. Schön kantig. Ich habe das schon gesagt. Ich mag das. Und rechts haben wir dann den Fahrplan-Drucker. Der macht bei mir auch Probleme. Vielleicht macht er jetzt gleich keine mehr. In meiner Testfahrt hat er Probleme gemacht. Da komme ich aber leicht zu. Ansonsten sehr schön aufgeräumter Fahrer-Arbeitsplatz. Fahrplan hängt hier oben. Nehmen wir gleich an. Wir haben eine Kamera für die zweite Tür. Und dann das Matrix-System im manuellen Modus. Das aber auch hier rüber gesteuert werden kann. Hier über dieses kleine Kästchen oben habe ich in der Readme tatsächlich nichts finden können. Ich schaue jetzt nochmal rein. Bitte wieder nicht wundern, dass der Sound weg ist. Aber über diesen kleinen Kasten oben, obwohl er wohl bedienbar ist, habe ich in der Readme nichts gefunden. Und wenn ich diese durchgehe, wird mir davon nichts angezeigt. Ich kann mir das nicht erklären. Aber gut. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ich bin der Erklärung für den Fahrschein-Drucker genau nach Readme gefolgt. Aber er wollte bei mir aus irgendeinem Grund nicht funktionieren. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht bin ich das Grundproblem. Wir werden es herausfinden. So. Der Innenraum sehr schön aufgeräumt. Texturen sind wie gewohnt von diesem Entwickler scharf. Aber nicht zu scharf. Nicht zu performant. Aber auch nicht zu verschwommen. Stop-Taster. Hier auch das Wort Stop. Und nicht wie beim Urban Way das Piktogramm. Ansonsten alles sehr, sehr ordentlich verarbeitet. Wenn wir mal das Licht einschalten. Wir haben jetzt mit ausgeschaltetem Motor nur die Halbbeleuchtung. Reicht aber völlig aus. Lichtreflektionen im Fahrzeug sehen ordentlich aus. Wir haben hier jetzt in dieser Repaint-Variante dann als Fahrgast-Informationssystem wieder das LED-Laufband. Ihr könnt ja aber auch einen Monitor reinmachen. Stoppt euch in den Set was aus. Es gibt sehr, sehr viel zu tun und sehr, sehr viel zu verändern. Wir nutzen hier das Standard-Leo-Repaint, das mitgeliefert wird. Das fand ich jetzt ganz schön. Ich werde jetzt einen Fahrplan auswählen. Und zwar... Moment... Ähm... Der müsste... Genau. Die Linie 8170. Die ist etwas kürzer. Das macht aber nichts. Wir starten einmal die Elektrik. So. Hier sehen wir auch... Hülis, Büs, Füllstandsanzeigen. So. Das Fahrzeug ist initialisiert. Und auch hier wieder die schöne Windows-Version. Kompakt 2013. Finde ich ganz nett. Gefällt mir. Ist schön gemacht. Ansonsten... Neun tragen wir ein. Neun tragen wir ein. Komm. Jetzt wird initialisiert. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Dann wählen wir den Automatikmodus und tragen uns irgendeine Nummer ein. Und dann sollte das in der Matrix übernommen werden. Gunzendorf-Reazent. Genau. 40 Minuten Standzeit haben wir noch. Wir werden gleich die Uhr vorstellen, wenn wir hier fertig sind. Ähm... Noch eine Info zu den Pfeilen, wenn die Haltestellen später vorgeschaltet werden. Der grüne Pfeil bedeutet, ähm... Dass wir, ähm... Pünktlich sind. Beziehungsweise, ähm... Bevor ich das euch, äh... Falsch erkläre, schaue ich da nochmal rein. Da gibt es nämlich ein ganz bestimmtes Zeitfenster. Äh... Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Nein. Der rote Pfeil bedeutet Verfrührung. Genau. Grün 0 bis 2 Minuten Verspätung. Gelb 2 bis 15 Minuten Verspätung. Und... Äh... Auch wieder rot. Mehr als 15 Minuten Verspätung. Man muss dann auf den, äh... Strich achten, der zu dem Pfeil hingeht. Ähm... Wenn er von... Diagonal von links oben nach rechts unten geht, ist das die Verfrührung. Ist er... Äh... Geht er ganz gerade nach rechts zur Haltestelle. Äh... Zum Haltestellenpunkt, dann sind wir ganz gut dabei. Mit 0 bis 2 Minuten geht er von links unten diagonal nach rechts. Oben, dann haben wir in Orange oder in diesem Gelbton dann, äh... 2 bis 15 Minuten Verspätung. Und wenn er dann rot ist, äh... Haben wir mehr als 15. Ich hoffe, dass wir das nicht erleben. So. Dann, ähm... Würde ich sagen, hauen wir mal auf die Hupe. Ja, kräftig wie beim Iveco. Und... Auch ein Hinweis dafür, dass hier natürlich ein bisschen was wiederverwendet worden ist. Finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Auch das Klappern kennen wir. Und, äh... Zum Iveco muss ich noch was korrigieren. Das mache ich jetzt hier in dem Video, auch wenn es mit dem Julisbüß nichts zu tun hat. Ähm... Es gab eine kleine Diskussion in den Kommentaren unter dem Vorstellungsvideo zum Iveco Urban Way. Und, ähm... Wir haben tatsächlich den Fehler gemeinsam finden können. Nicht die RSVG hatte einen Urban Way, sondern Öttershagen hat einen. Und den kenne ich. Mit dem bin ich auch schon sehr häufig gefahren. Als Kind bin ich mit dem, äh... Irisbus Zitelis gefahren. Der hat auch so eine markante, so eine markante Heckpartie, ähm... Die mich sehr, sehr stark an den Urban Way erinnert. Aber ist ja kein Wunder, ist auch Iveco. Also von daher. So, haben wir das auch geklärt. Wir kommen zu diesem netten Gerät, das bei mir nicht richtig funktionieren möchte. Ich kann hier nichts klicken. Ich kann hier die Sprache nicht wechseln, warum auch immer. Und eigentlich ist es so, dass man hier eine fiktive Nummer eintragen kann. Aber ihr seht, da erscheinen keine Zahlen. Normalerweise werden nämlich dann hier, ähm... Werden hier dann, ähm... Die Haltestelle, die nächste Haltestelle, das Ziel, etc. alles angezeigt. Also im Endeffekt genau nochmal das, was hier angezeigt wird. Das funktioniert aber nicht. Ist der Fahrkartendrucker. Warum er nicht funktioniert, ich kann es mir nicht erklären. Ich mache alles, hab alles so gemacht, wie es in der Readme steht. Das ist jetzt auch nicht schwer. Wenn da jemand eine Idee hat oder eine Lösung, bitte... ...gerne in die Kommentare, weil ich hab keine. Wir stellen die Uhr vor. Und dann können wir das Fahrzeug auch in Aktion erleben. Geschildert haben wir. Genau auch hier eine schöne Matrix, genau wie beim Iveco. Gunzendorf Reha-Zentrum. So, wir machen den Motor an. Klingt schön kräftig. Und ich mag ja diese Heckparty. Ich finde das bei den Franzosen total toll. Mir gefällt das. Jetzt übrigens können wir auch die Vollbeleuchtung zuschalten. Dann ist das Fahrzeug wirklich ausgeleuchtet, wie ein hochbeleuchteter Weihnachtsbaum. Also, da gibt es überhaupt kein Problem. So. Wie gesagt, ich verstehe es nicht mit dem Fahrplandrucker. Ja, er will halt nicht. So, wir legen die Haltestellenbremse an. Beziehungsweise nehmen sie raus. Das habe ich eigentlich gerade gemacht. So, wir sollten den Gang noch einlegen. Warum geht das jetzt nicht? Ich, ich, es ist nicht... A, für Haltestellenbremse. Ja. So. Er piept. Mag er das jetzt nicht? Jetzt mag er mir die Haltestellenbremse nicht löten. Dieses Fahrzeug hat immer was, ne? Aha. Lag es am Nielen? Ja, es lag am Nielen. Oder es war zu wenig Vorratsdruck. Irgendwas war es. Spiegel, wunderbar zu sehen. Habe ich überhaupt kein Problem. Und wegen diesem Problem mit den Reparaturen habe ich jetzt auch die Kollisionen erstmal rausgenommen, weil es ist einfach kacke. So, rein mit euch. Hallo. Guten Tag. Ein weiterer Mal. Danke. Es ärgert mich einfach, weil dann dödschst du irgendwo gegen oder dir dödschst jemand rein und dann kannst du den Bus einfach nicht ordnungsgemäß reparieren. Und das ist halt blöd. Wie gesagt, ich werde das aber Halikon in die Mail packen. Können Sie bitte mal ein bisschen die Heizung anmachen? Das ist ja ein schönes Kalt hier drin. Der Patrick, der sich so ein bisschen mit Skripten und so auskennt, meinte, da muss es auf jeden Fall einen Fehler im Skript geben. Und da sich hier der Iveco Urban Way und der Julis Büs ein paar Skripte teilen, denke ich, wird es damit zu tun haben. Man hat dann das Skript übernommen und den Fehler halt auch. So. Auf geht's. Tour ist nicht so lang. Gut, der Fahrgast steht da natürlich jetzt mehr als unpassend. Kurvenlicht haben wir übrigens auch. Sieht man gleich nochmal schön, wenn wir jetzt um die Kurve fahren. Oder Abbiegelicht, wie man es auch nennen will. Ich schlage das Lenkrad ein und ihr seht, es leuchtet. Habe ich das Lenkrad wieder gerade gemacht und es leuchtet nicht mehr. Man sieht es leider nicht im Scheinwerfer. Aber jetzt dürfte es auch wieder aus sein. Wir gucken gleich mal im Abbiegevorgang. Mir wird auch immer der Lärchenweg hier angezeigt. Ah, der ist... Hier ist er doch. Die vordere Tür piept beim Öffnen und beim Schließen. Die hintere Tür tut das nicht. Die Kiste denn jetzt schon so voll? Da wären ja noch genug Sitzplätze vorhanden. So ist er nicht, ne? Ja, ihr seht also, wenn ich das Lenkrad weit genug einschlage... Man sieht es leider nicht im Scheinwerfer. Doch, jetzt. Da war er. Da hat er geleuchtet. So, jetzt fährt hinter uns wahrscheinlich der Kollege, den, äh... der die Tour eigentlich fahren sollte, dem ich aber jetzt die Tour weggenommen habe. Das war der Haltewunsch. Huch, da hat's kurz geruckelt. Meldet sich mein System, dass ich... mehr Verspätung habe? Ja, Doktor Pfeiferschule, das ist dann hier, ne? Aber hier hält doch nur der Schulbus. Hm? So. Ist der jetzt vorne ausgestiegen? Oder... Ich hab' den Haltewunsch immer noch drin. Hm. Das ist alles ein bisschen... Weiß ich nicht. Nimm mal den nächsten Halt. Na, da oben haben wir auch noch mal den Haltewunsch. Linken brauch ich eigentlich gar nicht. Weiß auch nicht, warum ich das jetzt mach. Also, der Motorsound gefällt mir. Ist schön kräftig. Haltewunsch, aber es steigt niemand aus. Äh. Verstehe ich nicht. Der Haltewunsch weg, okay. Hm. Hier sieht man jetzt übrigens... Die Verbindung zum Pfeil geht nach oben und ist orange. Wir haben zwischen 2 und 15 Minuten Verspätung. Oh, warum sind wir so schief? Die Straße so schief? Kann nicht sein. Jetzt sind wir gerade. Hier, es liegt an der Straße. Es liegt nicht am Fahrzeug. Höherpumpen kann ich Ihnen auch nicht, ne? Licht und Blinker, alles schön mit LED. Oh, Türflügelsperre. Wie hab ich das denn gemacht? Damit. Geht ja auch da. So, jetzt biegen wir links ab. Nächster Haltewunsch. Ich kann mir nicht erklären, warum der Urban Way und auch der, jetzt der, der Heelys Bus, äh, so fehleranfällig geworden. Also, die anderen Ivecos, der Evades, der Crosswell-E, die waren super verarbeitet. Aber hier? Hm. Naja, gut. Man kann jetzt mutmaßen, wie man möchte, aber es ist schade. Nächste Haltestelle. Rechtsbad auf Gerda. Ich seh hier keinen Aussteigen. Ich glaub, der ist hier rausgekommen. Aber wir sind wieder pünktlich. Versuch das jetzt nochmal hier. Zahlen kann man übrigens eingeben, welche man will. Geht nicht. Gut. In der Readme steht, dass es funktioniert, sobald wir uns im Service befinden. Und wir befinden uns ja im Service. Fahrplan ist ja angenommen. So, wie gesagt, Kollisionen hab ich rausgenommen. Oh, dann haben wir nochmal ein Standbild. Hab ich um sie ein bisschen zu schnell zu viel zugemutet. Kann passieren. Das legt sich gleich. Hoffe ich doch. In der Regel schon. Genau. Das Reha-Zentrum kennen wir von der 8163. Ja, gut. Boah. Ja. Das war jetzt nicht so gelungen. Will ich mir aber gleich mal anschauen, wie die Leute aussteigen hier. Ja, hier hab ich bei meiner Testfahrt auch nochmal ein kurzes Standbild gehabt. So, gucken wir mal. Ja, sie steigen auch hier aus, weil warum auch immer. Also, das passt auch noch nicht so ganz. da ist auch noch der Fehlerteufel drin. Und vorne steigt ihr auch aus. Eine Fahrkarte, bitte. Ach, der wollte eine Fahrkarte. Und können auch wieder aussteigen. Nett. Ja, seht ihr? Einfach weggeploppt. Gut. Ich möchte euch das mit dem Reparieren allerdings noch einmal zeigen, ähm, dass es nicht funktioniert. Dafür schalte ich die Kollision ein. Jetzt gucken wir mal, wo wir gegen scheppern können. Das müsste gehen. Na, durch die Mauer kann ich durchfahren? Ach, Moment. Ja, Okay. Okay. Jetzt gucken wir mal, wenn ich mir nichts tun kann, ich mich nicht so gut in, Ne, das liegt irgendwie an den Objekten. Durch manche kann man wohl durchfahren, durch andere nicht. Weil ich hab's eigentlich so eingestellt, dass ich Kollisionen hab. Ja. Ja, dann fahren wir jetzt hier nochmal irgendwo volle Elle rumsen da rein. Der hält viel aus. Jetzt ist er kaputt. Ich betätige jetzt den Knopf zum Reparieren über das OMSI-Schnellmenü. Betätige ihn wieder. Und zack. Betätige meinen Shortcut. Komisch. Und ich krieg jetzt auch den Motor nicht aus. Jetzt krieg ich ihn aus. Aber er ist wieder kaputt. Er geht jetzt wieder kaputt. Zack. Da stimmt was mit dem Skript nicht. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden, weil nur ohne Kollisionen fahren, um nicht zu riskieren, dass man mit der Kiste liegen bleibt auf Dauer ist schlecht. Ansonsten mag ich das Fahrzeug. 17,95 Zwei Grundmodelle Solo und Gelenk. Vier verschiedene Längen. Zwei Längenvarianten Solo, zwei Längenvarianten Gelenk. Kann man sehr viel Spaß mit haben. Bin ich mir sicher. Wie gesagt, zwei Längenvarianten Gelenk. Nein, ich glaub, das stimmt nicht. Zwei Längenvarianten Gelenk. Wir schauen nochmal nach. Jetzt war ich mir gerade selber unsicher. Habe ich den? Ne, drei Solo eine Gelenk. 9,5 Genau, 9,5,2 10,74 12,06 und 8 Egal. Auf jeden Fall bedeutet es viel Spaß. Der Bus macht Spaß, lässt sich gut fahren. Wenn dieses Problem mit dem Reparieren gelöst ist, genau wie beim Urban Way, kann man auch mit diesem französischen Fahrzeug sehr, sehr viel Spaß haben. Ist ein Stadtbus, eignet sich aber auch für den Überlandverkehr. Macht schön was her. Schöne große Matrix, die auch, soweit ich das gesehen habe, Multicolor fähig ist. Da kann man definitiv auf allen Kartenvarianten mit arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Add-on und sage Tschüüüüü!